Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Erstmal frohe Weihnachten, dieses Video wird am 24. rauskommen. Habt frohe Festtage, verbringt viel Zeit mit euren Familien und so weiter und so fort. Habt jedenfalls schöne Geschenke, ob ihr euch freuen werdet. Heute mal kein EAFC24, kein FIFA, kein gar nichts. Ich werde jetzt heute zu einem klassischen Reaction-YouTuber. Wir sehen hier, wir sind ja auf meiner eigenen YouTube-Seite. An der Stelle soll gesagt sein, lasst einmal gerne ein Abo auf diesem Kanal da. Ja, hier stehen 1470 Abonnenten. Es sind nicht mehr allzu viele zu den 1500. Macht die mal bitte voll. Und wir sehen, dass ja inzwischen über einen gewissen Zeitraum sich einige Videos angehäuft haben. Und man muss auch sagen, dass ich in dieser Zeit sehr viel dazugelernt habe. Was ich auch sagen muss ist, mein Setup hat sich nie verändert. Also, ich werde dazu gleich noch ein paar Worte sagen. Es ist der gleiche PC, es ist die gleiche Kamera, es ist das gleiche Mikrofon. Wobei, ist es das gleiche Mikrofon? Ich glaube ja. Bloß, ich wusste halt früher nicht, wie man alle diese möglichen Sachen einstellt. Wir werden heute nämlich auf meine Anfänge reagieren bei YouTube. Deswegen gehen wir mal einfach zu den Videos hin. Und zwar hier hin. Dann sehen wir hier schon alle meine schönen Videos. Diese Pumpnets, ne? Diese Pumpnets. Inzwischen bin ich relativ zufrieden. Allerdings, wenn ich jetzt hier auf Älteste gehe, bam, Junge, das sind die Anfänge. Vor drei Jahren, 65 Aufrufe, mein erstes Video. Zielbasierte Spiele in MW sind echt bescheuert. Junge, Alter, wenn ich... Uh, okay. Ich werde das ja auch ein bisschen cutten. Ich werde es nicht an Cut hochladen, in der Hinsicht. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Werbung. Aber, falls ja, überspringen wir die einfach. Wir gehen mal in das erste Video rein. So, Leute, wir sind im ersten Video drin. Ähm, mache ich meine... Ach, meine Facecam brauche ich nicht unbedingt kleiner machen. Und, was mir direkt auffällt, das ist der Paul von vor drei Jahren. Sechs Likes auf dem ersten Video. Ja, mein erstes Video. Wreckfest 01. Wreckfest, ein geiles Game. Soll ja auch, äh, ich denke mal, irgendwann ein zweiter Teil in 24 vielleicht rauskommen. Wäre sehr cool. Das war mein erstes Video. Und ich würde sagen, hören einfach mal rein. Na, hören einfach mal rein. Herzlich willkommen zu dem ersten Video von mir auf meinem Kanal. Und als erstes Videoformat würde ich mir heute mal das Spiel Wreckfest aussuchen. Ich bin auch nicht alleine. Heute ist mein Kumpel Sven dabei. Einen Wundervollen. Sven existiert immer noch. Sven macht aber keinen YouTube Sinn. Ist einfach nur mein bester Freund, den ich seit sehr langer Zeit kenne. Seit meinem sechsten Lebensjahr. Ebenfalls, ich erkläre jetzt einfach nur alles Mögliche. Erstens ist, die Facecam ist ein bisschen klein und ein bisschen versteckt. So, dann, ähm, nicht wirklich bearbeitet. Aber, ich habe damals schon mit Greenscreen gearbeitet, Leute. Damals habe ich schon. Jetzt, äh, ich weiß nicht, wo ich ihn ja aufstellen soll. Sonst würde ich wahrscheinlich immer noch Greenscreen machen. Ansonsten, ich finde, mein Hintergrund jetzt, äh, ist halt mein Zimmer, ne? Wird sich irgendwann ändern übrigens, ne? Hoffentlich. Äh, ansonsten. Qualität stimmt, sage ich mal, vom Game her. Da werden wir aber nochmal in ein anderes Video reinschauen. Wo, äh, ich auf jeden Fall dann sagen muss, da hat es mal bei mir Klick gemacht. Weil, ich musste mir das alles selbst beibringen. Beziehungsweise, ich habe ja im Internet mir alle möglichen Tutorials angeguckt. Mir hat niemand das so alles selbst eingestellt. Das habe ich alles selbst gemacht. Und, äh, wir können jetzt hier mal rein. Ich erkläre jetzt hier einfach nur, was Rackfest ist. Wenn wir mal nach vorne gehen. Ich glaube, ich fahre dann einfach nur, Alter, 19 Minuten. Das ist aber schon heftig. Ich glaube, ich fahre da einfach nur ein paar Rennen. Hört euch, hört euch das mal an. Das war alles komplett blöd eingestellt. Wenn, wenn man das jetzt so sieht. Der, der Sound ruckelt, weil alles komplett übersteuert. Ein paar Lags sind da. Ui. Ui. Komplett fokussiert. Nicht in die Kern gucken. Mach ich aber auch so nicht. Finde ich voll in Ordnung. Damals auch schon zwei Bildschirme gehabt. Und, äh, ja. Jetzt mache ich es ja wenigstens so, dass ich hier in den Bildschirm reingucke. Damals war das vertauscht. Ich habe immer aus dem Bildschirm rausgeguckt, um mein Spiel zu spielen. Als würde ich jetzt die ganze Zeit so auf das Video reagieren. Das wäre total blöd. Ne, ich gucke so. Aber ansonsten fahre ich hier eigentlich nur die Rennen. Das, was jetzt noch so interessant wäre, ist, dass man sich vielleicht so eine Abmoderation anguckt. Ich glaube, oh mein Gott. Welchen Namen habe ich dort gesehen? Das ist übrigens Sven, der da vor mir fährt. Der Jumper. Ein, ein, äh, der uns im Rackfest. Wir spielen das ja auch privat. Da gibt es eine Gang, Leute. Das ist die Maria Rosa Gang. Und warte mal. Da ist er. Super Rubber 84. Der Typ ist ein Freak. Und das sind meistens, das sind glaube ich sechs oder sieben Leute, die in einer Gang sind. Und wenn, wenn die dich ficken wollen, dann ficken die dich. Und dann, dann holen die ihre Geschütze raus sozusagen. Ihre dicken Autos. Und dann gehen die dir die komplette Runde auf den Sack. Soviel also zu meinem ersten Video. Wir sehen hier, ich überschlag mich hier gerade aktuell. Hellride generell eine geile Strecke, wenn man mal kurz vorspulen und mein Internet mir das zulässt. Das ist ein optimaler Start, wenn man das hier schon sieht. Oh, da fährt auch ein LKW mit. Aber, das sind meine Anfänge. Video noch so ziemlich unkonstant. Oh, scheiße, scheiße. Ich habe mich ein bisschen zu weit genommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soviel zum ersten Video. Mal gucken, was mache ich für eine Abmoderation. Und wenn ihr gerne mehr von mir sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Liked und kommentiert das Video. Gebt mir Feedback. Ich bin für alles offen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, heftig. Das, äh. Jetzt war ich da. Ich werde jetzt, im Mai werde ich 24. Der Kanal, wann wurde der eigentlich erstellt? Ich glaube, der wurde im Juni oder Juli erstellt. 2020 dann. Ich war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Das war übrigens, wundert euch nicht über meine Frisur. Die ist nicht immer so. Ähm, das war März 2020 kam Corona. Und, ähm, also hier nach Deutschland kam ja schon früher. Und damals haben ja die Friseure zugemacht. Ich dachte mir so, die bleiben länger zu. Also habe ich mir den kompletten Kopf rasiert gehabt. Und zwei Wochen später haben die Friseure wieder aufgemacht. Das, äh, das war relativ belastend. Um ehrlich zu sein. Man musste sich das alles so wieder ein bisschen wachsen lassen. So, was wir jetzt noch machen. Das, wir gehen wieder auf meinen Kanal zurück. Wir gehen wieder zu Videos. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Ansonsten, äh, das waren so meine Thumbnails. Früher hatte ich halt gar keine Ahnung, wie ich das mache. Deswegen habe ich einfach nur ein Bild so genommen. Ich glaube, das, äh, Rainbow Six Pack Opening, das war so das erste, wo ich mir ein Thumbnail überlegt habe. Aber wenn man das mal mit, äh, den heutigen vergleicht. Das ist ja echt krass, wie sich das einfach in diesen drei Jahren verändert hat. Äh, ja. Ansonsten wieder Wreckfest. Rainbow Six Siege Highlights. Fall Guys kam damals raus. Haben wir gespielt. Und, äh, das war mein erstes Projekt, sag ich mal. UFC 4. Ich bin ein großer UFC-Fan. Ich gucke viel, äh, Mixed Martial Arts. Also eigentlich nur UFC. Und da habe ich, äh, eine Karriere in der UFC damit sozusagen gemacht. Wieder Wreckfest gespielt. Äh, Team Deathmatch, Nuklear in COD. Ich bin ja ein ziemlich großer COD-Fan. Also nicht von den, äh, von den aktuellen, sondern eher alles, was vor Black Ops 4 war. Äh, ja. So. Und dann kam Cold War raus. Und was wir noch machen. Ich glaube, ich habe ein Video gemacht. Da wollte ich... Oh, da kam die Magdeburg-Karriere. Da kam die Magdeburg-Karriere. Da hat sie angefangen. Da habe ich auf FIFA umgestellt. Leute, die erste Folge der Magdeburg-Karriere hat 2300 Aufrufe. Jedenfalls, da wollte ich auf, äh, Damaskus gehen. Und das habe ich halt irgendwann einfach sein lassen, weil ich dieses Spiel einfach nicht mehr gespielt habe. Und jetzt gehen wir mal kurz hier rein. Da hat man schon einen Unterschied gesehen, ne? Das ist ein qualitativer Unterschied. Wie alt ist das Video? Das ist auch von vor drei Jahren. Hi Leute und herzlich willkommen... Ui, dieser Sound. Da habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Willkommen zur ersten Folge von Road to Damaskus. Rassloch-Thomas ist auch ein Kumpel von mir. Und zwar steht heute die erste Waffe auf... Die Sache ist, ich habe halt einfach nur, äh, sozusagen die Tarnungen erklärt, was man machen muss. Und habe halt sozusagen die MP5 schon ein bisschen gespielt gehabt. Und das, was jetzt folgt, da hat es bei mir Klick gemacht. COD ist ein sehr schnelles Spiel. Will vielleicht was aufgefallen sein, ich sitze in einem Stuhl, der neu ist. Ich habe mir nämlich... Meinst du den Stuhl? Der Stuhl, der immer noch existiert? Und ich glaube, davor, dann habe ich im Schnittprogramm... Ne, nicht im Schnittprogramm, im Aufnahmeprogramm gefunden, dass ich meine Videoqualität einfach hochschrauben kann. Ich habe mit Absicht in schlechterer Qualität aufgenommen. Und ich glaube, da sieht man das noch. Wenn man das Gameplay mal an sich nur schaut, ich mute mal kurz den Sounds. Wenn man das Gameplay nur schaut, dann sieht man ja, dass es irgendwann einfach verpixelt ist. Weil halt so viele Sachen da, da habt ihr gesehen, wo ich hochgerannt bin. Weil halt so viel Licht und Schatteneffekt und alles mögliche drin ist. AIM stimmt auf jeden Fall, muss man sagen, ne? Und ansonsten... Da hat es dann irgendwann Klick gemacht und dann konnte ich halt andere Videos in besserer Qualität aufnehmen. Das wollte ich euch zu dem Video zeigen. Und dann habe ich die Waffe ja irgendwo auf Gold gespielt. Warum ist da eine nahe Facecam an sich? Das will ich jetzt mal sehen. Alter, genau zu dir. Genau zu dir! Jedenfalls, das ist die Route. Probiert sie gerne aus. Die ist cool. Gucken wir uns doch mal die schöne... Oh, damals schon den gleichen Übergang-Swish-Effekt gehabt. Bloß jetzt ist er halt schneller. Den kennt ihr ja, ne? Mit dem gleichen Sound. Das sind meine Anfänge gewesen, ne? Und Leute, wir müssen in die erste Folge der Magdeburg-Karriere reingehen. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen Cringer vorgestellt, auf meine eigenen Videos nochmal zu reagieren. Auf meine Anfänge. Da sieht man übrigens mal, wie meine Thumbnaids damals aussahen. Das war FIFA 21, Karrieremodus im Osten. Tatsächlich ja, meine Vereine, die ich ja bisher hatte, waren Magdeburg, Hannover, Dresden, Schalke. Und jetzt haben Sie rausgesagt, das ist die fünfte Karriere. Hannover habe ich nie zu Ende geführt, weil dann der nächste FIFA-Teil rauskam. Das Bild, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Also hier das hier von mir. Das ist auch schon dementsprechend ein bisschen älter. Aber habe ich mich auf dieses blöde Bild gephotoshoppt. Auf diesen einen Körper Magdeburg-Karriere durchgezogen. Hat wirklich Spaß gemacht. Da habe ich echt viele Abos auch dazu bekommen. Wenn wir mal das Video mal anschauen. So Leute, wir sind angekommen im Video. Erstmal 121 Likes. Über einen gewissen Zeitraum, muss man sagen. Und diese Anzahl der Kommentare, die hier einfach drunter sind. Wie viele Kommentare hat dieses Video? 23 Kommentare. Gut, viele davon sind auch von mir eine Antwort. Also aus dem mehr Aufmerksamkeit verdient oder sowas. Das war halt, was mich ein bisschen damals, was mir ein bisschen unangenehm war, ist, ich war schon in der Dresden-Karriere drin. Oder weit am Ende der Magdeburg-Karriere. Und dann kriege ich so diese Kommentare unter diesem Video. Wo ich mir so denke, alter, dieses Video ist qualitativ so kacke. 21 Minuten. Wir hören einfach mal rein. Herzlich Willkommen zurück zu einem Video von mir. Und zwar heute mit einem... Facecam größer als sonst was. Viel zu groß. ...einem anderen Spiel, was bisher noch nicht auf diesem Kanal gekommen ist. Und zwar FIFA 21. Fußball ist... Greenscreen nicht ordentlich eingestellt. Meine Haare sind durchsichtig. So meine zweite Leidenschaft im Sportbereich. Negen dem Ringkampfspiel. Ja, ja. Du laberst so viel rum. Du laberst so viel rum. Ja, ja. Cool ist der Herr schon. Was haben wir denn da? Ja, wunderbar. 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 Das Stadion müssen wir natürlich noch ändern. Stadion, nee, da passt von der... Und, äh, ja. Da sind wir so 21 Minuten durch die erste Folge gegangen. Wenn ihr das mal heute damit, äh, vergleicht. Ich hab da nicht ein Spiel gespielt. Ähm, damals hieß ich übrigens noch The Devil Block. Inzwischen heißt ich ja nur noch Devil Block. Ähm, weil... Ich dachte mir so, ich mach's einfach mal kürzer. Ich glaub, ich hab nicht ein Spiel gespielt. Doch. Ich hab das erste Spiel gespielt. Und ich musste neulich auch mal drüber nachdenken, wer war der erste Torschütze in dieser Karriere. Hab ich meine... Meine Facecam war für diese Spiele aus, ja. Behrens. Kein Problem. Für unseren Torschütze. Man hört's auch, dass, äh, mein Mikrofon nicht ordentlich eingestellt ist. Es ist halt ordentlich. Das war absoluter Fehler von mir. Ich wollte eigentlich den hinteren Spieler anspielen mit der Flanke. Und da ist aber Ernst zur Stelle. Ernst. Wie geht das Spiel eigentlich aus? Da ist das erste Tor. War's Tore Jakobsen? War's Tore Jakobsen? Wir versuchen's weiter. Jawoll! Und da ist... Söre Bertram ist es wahrscheinlich. Nein, es ist Jakubiak. Jakubiak war der erste Torschütze in meiner FIFA-Karriere. Okay. Ja, so wie dazu. Das war die Magdeburg-Karriere. Soviel dazu. Ähm, 1470 Abonnenten. Später. Knappe fast 400 Videos später. Ich hab jetzt 369. Mit diesem wären's dann 370 Videos. Vielleicht wird's das 371. Vielleicht kommt auch am selben Tag noch die neueste Episode der Hansa Rostock-Karriere raus. Aber... Ey, wirklich alleine möchte ich das sehen, ne? Ich muss immer wieder sagen. Vergleich diese Thumbnails. Die sind... Die sind auch nicht perfekt. Also ich bin zwar sehr zufrieden damit, wie ich die hier gestalte. Ich mach das ja auch alles selbst. Aber wenn man das mit dem hier vergleicht. Da fand ich cool. Da gab's diesen speziellen Hintergrund so. Aber... Junge, ne. Das... Das bin ich. Das ist mein YouTube-Journey, was das angeht. Meine YouTube-Reise bisher. Ich hoffe, sie geht noch lange weiter. Äh, das war's auch mit diesem Video hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Äh, falls ich mal gerne auf irgendwelche Sachen reakten soll, sagt mir Bescheid. Äh, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ähm, gerne zu Hansa Rostock-Karriere. Lasst gerne ein Like oder diesen Video da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch noch frohe Festtage. Habt viel Spaß. Und dann rutscht gute Zeug rein. Ich denke mal, aber das... Ah, wird schwierig. Zwischendurch kommen neue Videos. Ich denke, ja. Ähm, bis dahin sehen wir uns dann bald wieder. Haut rein. Ciao. Bis dahin. Das war's.